Der Meisterbetrieb Unsere Tischlerei wurde 1956 gegründet von meinem Vater Johann Gschossmann. Dieser Meisterbetrieb liegt in Nöchling im südlichen Waldviertel. Mittlerweile beschäftige ich 24 Mitarbeiter. Ebenso haben wir uns 1997 entschlossen zur Holzladenproduktion. Diese Produktion umfasst Holzladen für den Eigengebrauch sowie für Vertriebspartner. Nach der Anlieferung des Holzes, vorwiegend Buche, natürlich aber auch Sonderhölzer, wird mittels Laser die Schnittgröße eingestellt und das Material dementsprechend zugeschnitten. Auf Anfrage werden Laden natürlich auch nach individuellen Wünschen gefertigt. Beim Tischler aus Leidenschaft trifft dabei immenser Ideenreichtum auf gediegene Ausführung. Nachdem das Holz genauestens zurechtgeschnitten und gehobelt wurde, werden die einzelnen Platten zusammengelahmt. Als Sonderhölzer werden übrigens Eiche, Esche, Kirsch, Ahorn, Zirbe, Nuss, Fichte oder auch Erle verwendet. Nachdem die Zinken gefräst wurden, werden die Ladenzargen geschliffen und verleimt. Die nun bereits fast fertigen Laden werden ausgeschliffen. Und lackiert. Dann erfolgt eine 30-minütige Trocknungsphase. Nun erfolgt der Lack-Zwischenschliff und die Endlackierung. Dann sind die Laden fertig, die Enttrocknung erfolgt in der Nacht, jetzt können die Laden verpackt. Und zu den Kunden transportiert werden. Wir produzieren alle Möbelteile nach Wunsch des Kundens. Die Planung erfolgt mittels Computer. Jeder Kundenwunsch kann dabei mit viel Fingerspitzengefühl individuell berücksichtigt und etwaige Änderungswünsche sofort getätigt werden. Ob Einzelstücke oder mehr, vom Wohnzimmer bis zur Küche und allen Lebenslachen. Die Tischlerei Gschossmann bietet tatsächlich eine umfangreiche Herstellungspalette an. Vom gesamten Innenausbau angefangen. Vom Boden bis zur Decke und natürlich die Herstellung von Möbel aller Art. Ein Meisterbetrieb eben. Vom Boden bis zur Decke und natürlich die Herstellung von Möbel aller Art.